sie das ist das ist so haben wir uns gerne zuvor zu kommen zu uns und wie hoch ja ich habe was okay mit nicht schlecht die Ja, das kann doch nix werden. Was? Ich bin verwirrt. Warte mal, ich weiß noch nicht wie man das alles ausfüllt hier, wo ich es in schwarz, gib mir mal einen Stift, so, da glaub ich, das ist das hier, ne? So. Zwei Augen, eine Treppe, ein Hufreißen, ein See. Eine Brille? Das ist so kurz. Ne, wo ist denn hier? Oh, er hat alles gelöscht. Dann machen wir das anders. So, wie kann ich das jetzt ausfüllen? Du bist echt schlecht im Mal, wollte ich mal so sagen. Ja, ey, was soll ich denn hier? Tunnelbläen! Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man die Sachen ausfüllen, wie die das gemacht hat, deswegen sorry, ey. Ja, das ist dieser... Hast du noch nie Paint benutzt? Ich hab das noch nie gespielt hier, ne, ne, ne. Ich hab kein Paint benutzt. Ja, aber du... Das ist dieser komische Eimer. Ja, da hab ich auf einmal alles gelöscht. Oh, das hat nette Augen, Alter. Oh, das hat nette Augen, Alter. Äh... Loll! Ach so, äh... Wer zum Teufel hat nen grünen Bart? Ja, das ist kein Bart. Och, Leute, ihr seid so schlechte Wahlen, das gibt's ja gar nicht. Hm, du bist gleich zum Raten. Schau doch um. Wie viel Werte hat's denn? Ja... Das bringt mich trotzdem nicht weiter. Hm, man muss halt noch ein bisschen weiter mahlen. Was? Was? Hat doch spitze Zähne. Ja, das ist ja auch wie ein Dracula-Monster. Dann wärst du schon da dran. Dracula ist ja ein Versorgung von einem Monster. So, Nerfy. Was habt ihr überhaupt geschrieben? Titten, Hackbrau, Grau. Wahnsinn. Alter, was ist los? Ähm... Hm, Grabschne. Schön, dass du sagst, dass das wirklich jeder weiß. Ja, das ist ja unerkenntlich, oder? Da steht sogar Ripp drauf. Ja, ey. Wer war das denn? Ja. Noch schön laut ruft, dass mit jeder weiß. Kann aber die Brille nicht halten, ey. Da hat einer zittrigen. Ich weiß nicht, wie man das meinen soll. Ja, warum hast du dir das dann ausgesucht? Was ist das? Was ist... ... Ja, crazy! Kann mir meiner Maus nicht rundmalen. Crazy, was stimmt mit dir nicht? du wirst dich gleich so ärgern ich brauche ein zeichentablet mit meiner maus geht das nicht die spiel aus bilder mein ballon jetzt einfach die zu käse gemalt das ist einfach das war ja aber schön dass der eine keinen hals hat krüppel ja genau bei dem einen fehlt dir helft ich habe keine ahnung wer das schreibt er schreibt gleich farmeile ohne er ist das jetzt ein garten was soll das da werden ist das denn jede war familie zum einkaufen da nur wieder das krieg ich doch ein lebenschen krasses maximus Warte mal, ich sollte verlesen, man... Ich hab doch irg... du, wot... V. Wie soll ich das denn malen? Scheiße. Nein, wie mach ich das denn? Ich versuch das einfach so. Die gibt's ja auch in rot. Die gibt's ja auch in rot. Wir sind alle ruhig. Einzelmännchen, Bananabombe. Kommt du scheiße mal rum, was soll das sein für ein Quatsch? Und da ist so... Das glitzert. Boah, hört zu reden. Das ist so schlicht gezeichnet. Aber die gibt es nicht in verschiedenen Formen, das ist ne Lüge. Stimmt, das ist eher so, ja... Kleiner Tipp, das können oder mögen Frauen auch gerne am Schmuck. Ich hab Diamanten reingeschrieben. Das soll Diamanten gewesen sein? Ja, wie willst du denn sonst Diamanten zeigen? Ja, das sah ganz anders aus, wie so ne Chipstüte, wo Pommes reinkommen oder so. Ich hab was ganz einfaches. Ja, Straße. Der ist doch gerne mal... Was zum... Was zum... Ich hab keine Ahnung. Man unterstreicht was mit einer? Man unterstreicht eine, was du... Ideal! Das ist fast drinne. Was nicht. Ja! 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 Nein! Ach, das Englische! Bin hier! Äh... Ich hab jetzt einfach so ne Karte gemalt. Ach du Scheiße! Okay... Okay... Ja, was mach ich jetzt? Äh... 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 So... So... Äh... Ja, sieht nicht ganz perfekt aus. Äh... Zack... Was ist da noch mal hier? Da... 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 Äh... 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 Ja. Hä? Ah, yes! Hätte ich doch mal ein Pfeiling gezeichnet. Gut, gute Sache. Drei Runden von drei. Ah, falsche Farbe. Wie viele Runden hast du in drei gestellt, Bacterios? Drei. Achso, das ist jetzt die dritte. Das ist ganz einfach. Ah. Das ist einfach. Das ist echt einfach. Ja. Wie soll ich das denn zeichnen, Alter? Das darf drei Rundhilfe. Ja, manchmal ist das ganz komisch, was ich ausrufen muss. Ja, da sind alle so scheiße. Oh, holly, holly. Okay. Ich bin mir ein Problem. Okay. Ja, ich bin mir ein Problem. Ich bin schon wieder weg. Ah! Doch nicht. Dann machen wir was anderes. Vielleicht kommt er ja so drauf. Na? Was? Das soll das sein? Eine Sauna. Ja genau, da muss doch drauf kommen ey. Das ist immer ein Männchenhütte. Da hat einer geschwitzt. Die haben... Die ist... Alter! Bei dir brennt ey. Ich hätte sonst noch einen Markt gehabt oder äh... Was war das? Ein Einzelhandel. Wie soll ich denn Einzelhandel malen? Regale mit ein bisschen Sachen drin und guten Beinkauf. Oder einfach ein Haus wo Edeka dran steht. Ja, das ist... Einfach. Das war die Hose. Aber gut gemacht, oder? Ja. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So, freut es. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. So, freut es. Wir bedanken uns, richtig fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein. Das war eure Eure WWGT